Ich weiß, dass ich mein Bruder mal gemacht habe, wenn er noch leben würde, würde er sich ja kaputt lachen. Der stand so vor mir. Ich hoffe, das war da hinten. So, ne? Wir flitschen und was macht der? Der stand da. Pong! Voll vor die Nuss. Der hat heute Geburtstag. 49 ist er geboren. Seehund. Boah, wie so ein Gruppel in den Stein. Warte, ganz schön. Das ist tot und hoff. Hält sie sich gar nicht, kein jeder Stein flitschen.